Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge von YouTuber vs. Abonnent. Für die Leute, die die Serie noch nicht kennen, ganz easy erklärt. Ich mache gegen euch Kill-Duelle. Ihr habt die Chance, entweder natürlich so ein Live-Your-Time-Shirt von mir zu gewinnen. Oder den Live-Your-Time-Cap. Die Live-Your-Time-Jogginghose. Oder natürlich auch den Live-Your-Time-Hoodie. Sorry auf jeden Fall, dass die Serie jetzt so ein bisschen länger nicht mehr kam. Über einen Monat. Sorry auf jeden Fall dafür. Die erste Folge kam richtig gut an. Über 10.000 Likes. Zweite Folge 9.000 Likes. Und wenn ihr wollt, dass ich wieder öfters diese Serie bringe, dann lasst ihr wieder auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir schaffen hier 7.000 bis 8.000 Likes. Dann wird es auf jeden Fall in kürzester Zeit die nächste Folge geben. Vergesst auf jeden Fall nicht, eure Gamer-Tags in die Kommentare zu schreiben. Das ist ultra wichtig, damit ich auch irgendwie gegen euch spielen kann. Das ist natürlich ganz klar. Und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Schaut auf jeden Fall bei meinem Shop vorbei. Gehört euch was richtig nice in Designs. Und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Und... Go! Ja, meine Gamer-Freunde, war Studio auf den Start. Direkt mal auf B pushen. Der liegt da. Ja, moin, mein Freund. Nein, da kommt noch einer. Oh no. Ich glaube, der ist noch da. Oder? Kommt der da? War Drohne raus? Nein, da ist er, da ist er. Chill. Chill, 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 chill. Komm, komm. Zeig dich. Konderdrohne. Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Nice ass down. Schönes Ding. Sehr schön. Oh, in der Base hängt er. Ja. Der ist da, der ist da. Nein! Klaust du mir den? Sorry. Nein. Ich bin drei für Orbi. Oh nein. Sorry, sorry. Nein, nein, nein. Hilf mir. Oh, 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 scheiße. Wo ist der? Wo ist der? Nee. Hinter dem Berg. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, Mann! Oh mein Gott, ey. Zum Glück spieche ich Menowar. Die tötet die wie keine Ahnung was, Alter. Jetzt habe ich noch keinen Kill durch den Orbi gemacht, weil die so komisch sind, ey. Ah, jetzt geht's los, Mann. Oh mein Gott. Nice, Mann. Komm, let's go, ey. Es läuft bei mir gerade so heftig gut, das ist nicht mehr normal, ne? Komm. Oh nein, hinter mir. Komm, Drohne raus. Drohne raus. Sehr schön. Hinten. Oh, fuck. Der ist unten, der ist unten. Oh, was? Ah, scheiß auf den. Okay, schön. So. Ich glaube, die könnten gleich eigentlich wieder bei Ars spawnen. Ja. Oh mein Gott, sind da viele. Holy shit. Weg hier, weg hier, weg hier. Teammate, bitte blockier mich nicht. Sense raus. Oh, sehr schön. Nice, ich klau ihn dir. Sehr schön. Hast du den da hinten in der Ecke? Ja, ja. Okay. Selber AFK. Wo sind die? Er ist da oben. Du, nein, auf 19 und ein vor Orbi. Nein. Wie er mich geholt hat, ich glaube es nicht. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, du hast echt so eine starke Waffe. Ja. Vor dir? Oh, sehr schön. Komm von hier. Noch einer, noch einer. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ich zieh die grad so. Ja, genau. 26 zu 1, Digga. Du bist auf nuclear A. Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Hä? Egal. Na oben. Nein. Wie dumm. Kein Nester. Du stirbst? Nice. Okay, wo kommen die? Okay, die gehen außenrum, außenrum. Oder? Wo bist denn du? Du bist in der Mitte, gell? Ja. Ja, keiner geht rechts, natürlich. Oh mein Gott. Drei vor Orbi. Nice, zwei vor Orbi. Ein vor Orbi. Oh mein Gott, ist die Runde nice, Alter. Da ist er doch. Nein. Aber geh nicht unter A. Ich darf jetzt nicht sterben, ey. Ich weiß nicht, auf welcher Streak du bist. Ich bin 10 Punkte vor Orbi, ne? 10 Punkte. Oh. Orbi. Komm, wir müssen jetzt ganz schnell, versuch du jetzt auch noch ganz schnell ein Orbi zu machen. Weil ich hab den ein bisschen dumm rausgehauen eigentlich. Ja, kurz vor. Okay, komm. Nice, der ist down. Komm, let's go jetzt, ey. Wow, was? Nice. Nice, komm, let's go, Alter. Holy shit, was ist mit der Runde los? Die ist richtig gut. Aber mega, ey. Okay, bei B kommen da mal richtig viele. Nein, was ist das für ein Rauch, Alter? Oh, nein, 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 nein. Oh, der hat das Sperber. Okay, komm, jetzt noch mal bei C drauf. Sehr schön. Okay, komm. Holy shit, Mann. Ja, nice, Alter. Oh mein Gott, ey. Okay, 36, 1, erste Halbzeit. Holy shit. Ja, Orbi. Hau raus, hau raus. Schön, Mann. Sauber. Stark, Mann. Ey, das war so perfekt, ne? Der war wichtig. Was? Dieser scheiß Teamate, ne, er läuft in meine Schüsse rein. Dieser scheiß Teamate, Alter, er läuft einfach eiskalt in meine Schüsse. Ne, Mann. Ich mach jetzt hier noch ne Nuklear. Fickt euch hier, gibt's nicht. Alter, nice. Privilege. Orbi raus. Alles klar, der sweated um sein ganzes Leben. Den hab ich. Boah, wie der sweated, der Typ. Alter, Digga, 44 zu 2. Nein, hinter mir. Oh mein Gott. Der will unbedingt mich holen. Scheiße. Komm, der gehört mir. Nice. Komm, let's go. Jetzt kommt der Drohne raus. Drohne raus. Sehr schön, sehr schön. Nein, verpiss dich mit deinem Scheiß. Orbi, Orbi, Orbi. Komm, Alter. Das gibt's doch nicht. Ist doch mal richtig anstrengend, Mann. Ja. Komm. Die schimmeln extrem. Boah, dieser Vampire, der red mich so auf, ne? Vampire down. Ach, genau. Einer im Headcliff verziehen. Boah, ist so krank. Stirb. Vor mir. Nein. Nein, ey. Vampire. Immer Vampire. Vampire. Oh Gott. Schöne Runde. Schöne Runde. Ach, genau. Er beamt sich weg. Fuck, Juch. Immer Vampire. Jedes Mal nur der holt mich. Genau. Pass auf, da war einer links von dir. Schau, wie der Vampire. Das kann nicht wahr sein, Alter. Nur der hab ich jetzt geholt am Ende. Ey, das kann nicht wahr sein. Okay, Jungs, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ohne Witz, die Runde war eigentlich ziemlich nice. Keine Nuklear gemacht, aber die Streak war richtig nice. Er spielt so vom Ding her. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er hat auch noch einen Kanal, schaut da vorbei. Und ich würde mich riesig für 7000 Likes freuen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Gamertags in die Kommentare, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei sein wollt. Und dann würde ich nur sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video und ich lasse dir das Schlusswort. Yo, richtig geiles Gameplay. Haut auf jeden Fall 7000 Likes, die müssen drin sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.